Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorping Plays. Heute gibt es Oldschool-mäßig ein Kill-Duell, drei Runden. Red weiter. Ja Leute, ich bin auch am Start. Wer zwei Runden gewinnen kann, hat gewonnen. Wer in einer Runde mehr killt, hat eine andere hat gewonnen. Und wer mehr Tote hat, wenn man gleich viele Kills hat, weniger Tote hat, gewinnt die Runde. Viel Spaß. Let's go. So, die Regeln habe ich ja schon erklärt, Leute. Let's go. Niemand kommt mitte. Oh mein Gott, bist du peinlich, Junge. Einer kommt Border. Ja, eigentlich ist es dumm, in VMP in den Kill-Duell zu gehen. Na, aber auf der Map ist VMP vielleicht sogar... Alter, ich kassier, Digga. Digga, ich ziehe die schlimmste Runde, Digga. Wir werden beide wahrscheinlich negativ sein am Ende, aber egal. Einer kommt noch hier außen. Aber wie gern ich jetzt... Einer ist doch hier in unseren Spawn-Ring. Verdammt. Ah, eigentlich ist es dumm, dass ich ihm jetzt hinterherrein, Digga. Ich verliere nur Zeit. Scheiß auf. Ist noch hier irgendwo? War an sich nichts. Hui! Na gut, Antoscha. Aber mir ist nichts. Außen sind die, ne? Boah, ich bin so eingespielt vom Aimen, ne? Das ist richtig krank, wirklich. P2 ist einer. Fuck. Warte. Das war's dann wieder completely. Ah, die Flächen. Oh mein Gott, let's go, baby. Ja, das wird eine krase Runde, Anton. Ich schwör das schon. Ich hab so ein gutes Aimen grad, Anton. Hab fast einen Tower-Kass hier. Nice one. Oh mein Gott, Anton, was mach ich grad mit denen? Warte mal kurz. Oh mein Gott, ich hab gleich Orbi, ich hab gleich Orbi. Ha? Nein, er hat mich. Bleib stehen. Nein, Alter, das ist gar nicht belastend, Digga, was bei mir passiert, ne? Dann werden Kills geklaut und so. Falsche Priorisierung. Schon wieder einer von hinten. Marcel, ich geh wieder 4 zu 6. Was ist denn los? Das passt komplett. Nein, Digga. Komm, Marcel, konzentrier dich. Ich hab grad so eine nice Szene gehabt, die hat das ganze Video schon gesaved. Oh, nur Witz. Ich hab noch nie so gut gespielt. Nein. Geht ihr mir noch? Hol ihn, komm. Oh, der ist aber wichtig. Oh, fast noch den anderen. Schade. Ich liebe es, wie wir, wenn man diese Kill-Duelle haben, wo man sich was gönnt. Und Tesco und Solution haben sich immer so, haben immer, vor allem Solution immer geheult. Aber das hab ich auch gefeiert, Digga. Klar, nochmal. Einmal in Solution auch zu uns, wir sind zu lieb zueinander in Kill-Duell, das weiß ich noch. Ja, ja, im Nuklear-Duell, meint er das. Aber ich kann Anton nicht, ich kann nichts Böses sagen. Das war jetzt süß. Nein, noch einer da. Mann, Alter, ich krieg nicht mal zwei Kills grad am Stück hin, Digga. Boah, Digga. Boah. Ja, wohl, den hab ich noch gegeben, den einen, Digga. Boah, der war grad deutsch komplett weg bei mir. Das war, keine Ahnung, was das für ein Satz war. Wow. Oh, Leute, das ist richtig, weil das sind solche gute Spieler, die Gegner. Ja, das ist richtig krass. Ja, ist auch so. Noch ein Ripper, jetzt hab ich einen Tempest. Boah, ich mach jetzt echt hier so einen Risky-Move. So, überträgt. Tempest gegen Tempest, hab ich. Sauber. Fuck. Boah, Digga, die Spawn ist hier. Digga, das ist so krass, Digga. Wie die einen immer anschließen. Oh mein Gott, warte mal. Nein, Shotgun, Digga. Alter, ich hab das erste Mal, jetzt Blut rönst dich in der Runde. Digga. Ist noch ein Außen. Oh mein Gott, Digga. Nein, nein, nein. So, jetzt langsam bin ich drin, Masse. Okay, Digga, das wird geil, das wird interessant, Digga. Bist du echt ins Labor gelaufen, Krass? Nein, 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 du kannst... Okay. Noch ein Außen hier? Nein, das ist doch... Ah, ich brauch auch eine MP-Klasse, glaube ich. Ja, hier, hier, hier. Oh, hat das gut gespielt. Oh mein Gott, oh Gott, Anton, das ist ein Kino-Unterschied zwischen uns, du fürst. Oh mein Gott, Digga. Shit. Ja, Leute, gegen Anton zu gewinnen, ist halt wirklich Königsklasse. Nein, ich choke gerade. Ich choke richtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich muss achtladen. Shit, mir wurden wieder ein paar Kids geklaut. Ja, was ist das? Ich spiele mit VMP, du spielst wahrscheinlich am 8, ne? Ja, aber ich... Wäre doch die ganze Zeit nur vom VMPs geholt, Digga. Eigentlich ist sogar... Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Oh, es ist lächerlich. Der muss nicht sein. Oh mein Gott. Komm. Oh mein Gott, Anton. Nice one. Wow. Digga, ich bin kurz vorm Korn. Nein. Nein, ich choke Tempest. Ich habe ihn, ich habe ihn. Hast du ihn? Ja. Nein, Digga. Wow. Leute, Leute, Leute. Das fühlt sich gerade an wie in alten Zeiten, Digga. Diese Anspannung finde ich nur in Kill-Duellen. Nein, Digga, das wäre so wichtig gewesen, die Szene. Ja, da wäre es ums Vorhaben gewesen, ne? Ja, ja. Der eine war sogar auf Korn, das ist ein Free-Kill gewesen. Okay, Digga. Nichts schämen. Nein, noch einer Shotgun Mitte. Nein, du, Anton, nein, Anton, du wirst lachen. Ah, nee, wir kriegen nicht die Kill-Camp. Ich habe auf den AFKler noch geschossen und habe ihn nicht gekriegt. Ich habe ihm zwei Kugeln gegeben. Das ist auch gut am Ende abgegangen, oder? Ja, Digga. Das ist richtig spannend gerade. Holy shit. Bei gleicher Killernzahl, Leute, zählt natürlich, wer weniger Tode hat. Also, momentan ist es eine Seilenführung. Digga, das ist so Tri-Hard-Sinn, Digga. Wenn es um nichts ging in der Runde davor, dann ist es schwierig. Aber jetzt, wo so etwas geht, rapen wir die absolute. Das ist richtig krass. Ja, weiter so. Motivation ist einfach alles. Hinter mir noch schon. Ah, shit, Mann. Die kommen war ran. Nein, Digga, das gibt es nicht. Ich kriege beide nicht. Digga, schade, Mann. Hätte ich Drohne jetzt wenigstens. Krass, 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 Digga. Einer pre-empt hier. Ich bin bei denen A gespawnt. Boah, der hat mich jetzt geholt, ne? Oh, Anton, das sind alles richtig, richtig gute. Also, jetzt kann uns keiner mehr sagen, dass wir hier gegen Noobs im Kill-Duell spielen, Digga. Das ist... Nee, Digga, das ist eine absolute Competitive-Flobby hier. Boah. Die haben so einen guten First-Shot, die Gegner. Ja, krass, ne? Boah, aber ich auch gerade, ich auch. Boah, wäre das krank gewesen, Leute. Das ist so sweaty. Shit. Ich gucke es nicht mehr aufs Korbord. Nein, Mann, Alter. Ich habe fast einen Turon kassiert. Oh. Okay, Turon kann man das eigentlich nicht nennen, aber... Digga, Anton, das ist krank, wie gut die sind, ne? Das ist heftig. Ist auch so, ist auch so. In jeder Situation muss ich alles treffen, sonst ist es vorbei. Nein, Digga. Oh Gott, Anton, du besiegst mich jetzt gerade. Das sind diese wichtigen Momente, die ich gerade... Ich habe jetzt so lange keinen Kill mehr gemacht. Aber egal, ich gebe nicht auf. Boah, noch ein Brenner hat mich geholt. Reiniger, meine ich. Brenner. Brenner, Digga. Fuck, Mann. Noch einer P2 drin. Oh mein Gott, Digga. Ich chill zu sehr, wenn ich Tempest habe, fällt mir gerade auf. Okay, jetzt habe ich alles gut, Kills, gemacht. Huch, 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 huch. Shit, Digga, die haben auch Alpha gesichert. Digga, das gibt es nicht und zu dritt kommen sie jetzt. Holy. Oh mein Gott, Digga. Heftig, Mann. Das ist mal Glück gehabt, hierherzell. Nein, er hat mich so geraped mit der VMP. Ah, Mann, Alter. Wichtiges gehen jetzt? Nein, und dann sterbe ich. Okay, wir haben zwei Flagen. Die Runde wird endstlange gehen, Digga. Ja, wird es auch lang gehen. Ist noch einer drin? Dann wäre das wichtig gewesen. Nein, Mann. Oh, Digga. Okay. Das ist so intensiv. Mein Gott, Anton. Noch einer? Nein, P2 noch. Shit, shit, shit. Ich habe sogar die Flagge eingenommen für die Drohne, Digga. Nein, das gibt es nicht. Mit Geist und Vespa bist du ein Ehrenmann, Digga. Nein, ich verfehle die Tempest-Schütze, Digga. Shit, Mann. Ah. Digga, warte. Fuck. Okay, einen habe ich bekommen. Jawohl, hat sich übertragen. Okay, zwei wenigstens. Ich habe so lange nicht aufs Go-Out geguckt, Digga. Oh mein Gott. Shit. Nein, bist du eklig, wegen dem scheiß Schwarm sterbe ich jetzt. Mein Gott, bist du ein unterfotziges Stück Scheiße. Ey, ich verkack. Ich habe das jetzt aber nicht veräumt. Alter, ich habe so viele Tode. Das ist so unfassbar. Nein, Digga. Das ist so eine Situation, wenn man das schafft, dann holt man sich nochmal zwei Kills. Aber das war jetzt gerade... Ich habe es krank, Digga. Ich habe jetzt zwei miteinander eins gejoked. Ich habe echt einen, also wirklich einen extrem guten VMP-Shot gerade. Ich bin so weit weg von der Gegend. Ja, ich sterbe immer in den Falschmomenten. Das ist gerade mein Fehler, Digga. Das ist unfassbar, Mann. Ich schluck zwei Burst, Digga. Zwei perfekte Burst geschluckt. Nein, nein. So ein Timing kassiert. Das ist ja krank. Das ist fast... Digga, die Runde geht so lange. Boah, Anton, ich schluck nur noch. Ich schluck wirklich nur noch. Digga, ich habe 30 Tode am anderen Käufisch. Die Gegner haben Raps, nice. Digga, ich werde geraped! Ja, ich auch, Digga. Ich werde komplett angezündet. Raps haben die... Mann, Alter. Wow, Digga, der nimmt mich jetzt wirklich komplett auseinander. Digga, ich werde... Nein, Mann. Ich werde komplett geraped, Digga. Die Herrschaftspunkte, ne? Das ist gleich zu Ende, ne? Digga, der Raps, mein Gott. Ich werde... Mann, Digga! Das ist die schlimmste Laufgabe. Fuck, 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 fuck. Nicht... Digga, ich werde nur gefickt, Digga. Ich muss abhauen von den Raps, Digga. Ich komme nicht weg. Nein, 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 nein. Digga. Erzählt echt jeder Kill, Marcel. Ich weiß nicht, wie es steht, Digga. Ich habe keine Ahnung, was... Ja, das war es komplett, glaube ich. Nein, mir wird der Kill geklaut. Das gibt es nicht. Ja, Digga, ich habe seit zwei Minuten keinen Kill mehr gemacht. Fuck. Ich kriege es, ich kriege es. Ja, Anton, ich habe seit wirklich jetzt drei Minuten keinen Kill mehr gemacht oder so. Ich auch nicht. Das ist so krass, wie ich geraped werde. Ja. Ja, natürlich, Digga. Das war es komplett. Letzte Sekunde Kill gemacht, Digga. Ach, Leute, ihr kennt das doch. Krass, Digga, die letzten Runden... Also, die letzten Minuten, ich hätte einen Kill gebaut, hätte die Runde gewonnen, aber... Ging nicht. Okay, heute, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. So, Leute. Zweite Runde ist angesagt. Jetzt muss ich gewinnen, sonst war es das schon wieder. Komplett. Auf Hunted geht es jetzt hier weiter. Und da schauen wir doch mal. Okay, ich bin fast in der Respond, Digga. Klar, schlechter. Ach, ja. Wow! Marcel, das ist eine richtig krasse Gegend. Dieser Rekusa. Also, das war ganz heftig, Digga, was er gemacht hat mit dem 8. Echt? Ja. Nice, Mann. Das höre ich voll gerne. Aber ich wurde auch hart geraped. Ja, jetzt habe ich ihn krank, Alter. Der hat richtig gutes Aim mir gegeben. Nice. Das gibt mir genau das Selbstbewusstsein, was ich noch brauche. Wir müssen eigentlich hier hinten irgendwo sein, ne? Ich gehe rechts. Wow, Digga. Was? Mit der Faro hat er mich von da geholt. Das war es dann wieder komplett. Okay. Oh, mein Gott, Digga. Das ist ja krass, wie gut die aimen. Wow, die Rekusa war krank. Der hat mich einmal geholt. Scheiße, ich werde sterben. Wow, Digga. Nein, ich habe es überlebt. Corona? Der ist zu easy im Klaren Tag. Na, Digga? Nein, hinter mir noch zwei. Fuck. Oh, mein Gott. Let's go, Baby. Hast du den? Ja. Nein, erholt. Ich bin noch hinterm Felsen, Digga. Was? Ich bin noch hinterm Felsen, Digga. Ich bin noch hinterm Felsen, Digga. Ich bin noch hinterm Felsen. Karpelter. Nice, Alter Nein, es war so klar, Mann Warum choke ich das gerade? Mann, ich hätte es nicht challengen dürfen Wenn ich weak bin Ich muss jetzt halt performen, wenn du Bestorben bist Ich brauche jetzt den Tempest Feed Ich hätte ihn auch gebraucht Und ich habe ihn gechockt Ach, scheiße Du kannst jetzt richtig abgehen Zwei Alle BB hinten, ein BB-Haus Ich bin so geschwommen wie so ein kleiner weißer Hai, Digga Nein, das darf nicht sein, dass er mich da holt Alter Alter, die können auch hinter mir kommen jetzt, ne? Das war es ja komplett Alter, Anton, ich muss dir in jedem Gunfight 120% geben, ne? Oh mein Gott Ja, Digga Hast du Orbi bekommen? Ich habe ihn auch ein bisschen klargemacht, ja Hast du Orbi bekommen? Hast du Orbi bekommen? Er haut natürlich nicht raus auf 31er Basis Bisher in guter Position ist Ich war, ja genau, richtig, Digga Jetzt war ich raus Ich habe nicht so viele rote Pfeile auf einer Map gesehen Ja, ich mache nur noch Resist Du hast gewonnen Nein, Zeitglitch Ja, das war es, das war es Das war die Niederlage Der Tod Naja Außer ich mache jetzt einen Quad-Feed auf der C-Flagge Aber es sieht nicht so aus Weil der holt mich jetzt wahrscheinlich Krass, Digga Dass er genau diesen Schritt gegangen ist Ja, Digga Die traden mich absolut Okay Jetzt bin ich komplett in meinem Modus, Digga Alle Brücke sind gespawnt Vier Leute Kommt man noch A Oh, ich habe ihn so angesprungen, Marcel Nein, Digga Shit Dieser Brain Man ist auch Ja, ist auch nicht schlecht Hinter dir noch Brücke, Brücke Digga, du hast gar nicht so viel weniger Kills, ne? Ja, aber keine Ahnung Ist das ein feindliches Geschütz, oder was? Ich weiß nicht Nein, 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 nein Ich glaube, es ist ein feindliches Geschütz Ich weiß nicht, ob der Minimap angezeigt wird Ja Nice Kann sein Hinter mir noch Oben bei den Tread, Marcel Jetzt bin ich dreimal hintereinander gestorben, Digga Schau Boah, war das big Alter, jetzt stelle ich mit Donnerkrollen, Digga Du hast zwei Kills weniger, Marcel Das ist gar nichts Ja, jetzt bin ich... Ich bin ein bisschen rangekommen, jetzt Nein, ich hab... Ja, Digga, ich krieg den Kill nicht, Mann Ich hau Tempest in der letzten Sekunde raus, Digga Mein Gott Oh, ich hab nicht drauf geachtet Digga, ohne Mist, dieser Recuse, EG 10, 15 Weißt du, wie krank ich den 100er PC gemacht? Hier, guck mal, wie ich Tempest raushole Für die letzte Nanosekunde Boah, Leute, Leute Ich hab auch Tempest Ich hol direkt raus Ja Meiner ist weg, ist wirklich weg, Digga Nice Das hätten die auch anders machen können Shit Man, ey Okay, komm, Anton Oh mein Gott Thomas, hallo Uiuiui Reiß dich zahm Oh, schön übertragen Wir sind alle hinten im Spawn, ne? Ja, und das sind die Momente in dem Fall aim ich dann Und dann war's das komplett Ja, wenn der Tempest jetzt einen Unterschied macht, dann ärgert mich das krass Ich weiß nicht, ob ich A sichern soll jetzt Ja, komm, scheiß drauf, sichern jetzt schnell Kommen wir drunter Bei C, gell? Da hast du Ja, den einen hab ich Oh, die Try and Answer Nein, Digga, holt mich Das ist ein Fight Den darf ich nicht verlieren, man Ah, Mist, ey Oh mein Gott Er wartet da Ey, zum Glück hab ich den Tempest jetzt wieder bekommen, das wäre auch so krass gewesen Sonst Alter, er holt mich auch noch, ne? Nein, Digga Was mir einfach diese Runde komplett fehlt, sind die Tempest Feeds Das ist so krass, wie wichtig das ist Ja, einmal hab ich drei Kills, einmal zwei Kills gemacht Oh Mann, Digga Das ist unfassbar, ne? Du kannst die halt nicht einfach easy challengen, man muss gegen die viel mehr pre-aim, Digga Ich spiegelt voll falsch gegen die Ich spiegelt voll falsch gegen die Ah Nein, stirb Ja Grabs Ich muss weglaufen Digga, was ist das? Ja, Digga, was ist das? Ah What the fuck? Was war das, Digga? Ah, wir waren alle Brücke, Digga Nein, Raps hinter mir, Digga, hinter meinem Po, Digga, ja Mit deinem Po sogar? Ja, Mann Boah Ich mach jetzt solche Moves, damit die Raps mich nicht erwischen, ne? Boah, das war so ein wichtiger Kill in der letzten Nanosekunden Guckst du auf Scoreboard die ganze Zeit? Ja, ich schau schon ab und zu Nein Fuck Ah, das ist ja wichtig Ach, Digga Nein Diese Raps, Digga, das kann doch nicht sein, dass wir zweimal am Stück Wir haben doch nicht so gespielt Also ich Wir sind doch absolut nicht so, dass man hier Raps kassiert hat, Digga Digga, so haben wir doch nicht gespielt Also wir beiden auf jeden Fall nicht Ja, ich hab schon viele Tode, aber ja Shit, Digga Was ich teilweise gegen... ...auspacke, Digga Nein, vor mir, hinter mir noch, Shit Okay, Alter, du... Du brauchst einen kleinen Feed, Digga Ah, ich hab nice gespielt Ich bin so weit weg vom Gegner Jetzt ist rei, ja Ah, drei Kills und einen Kill Okay, Leute, wenn's euch gut gefallen hat, dann checkt auf jeden Fall das andere Kill, du all auf Antons Channel Jetzt direkt ab Und eine Quad-Feed, ne Ja, der war schon Game-Changer, Digga Check auf jeden Fall bei Antons Channel das Kill-Duell ab Haut rein, bis zum nächsten Mal Tschau Tschüss